Hallo und herzlich willkommen bei tipptabtipp zu diesem neuen Video. Heute haben wir mal ein paar Leute. Chris ist heute da. Mama, was machst du denn hier eigentlich? Aber heute werden wir verstecken spielen und heute wird uns die Drohne suchen. Wir haben hier nämlich zuhause eine Drohne. Seid ihr gespannt? Sehr gespannt. Oh, da ist ein Strich im Gesicht. Sehr gespannt, sehr gespannt. Ich würde sagen, bevor es los geht, lasst uns einen feinen Daumen nach oben, da vergesst du nicht, es geht los. Nicht vergessen, bei Your Music vorbeizugucken und bei Adi Online. Und bei Echse und bei Christy und bei Marilyn und bei Ash. Wir sind überall vorbei, ich würde sagen, es geht los, wir suchen uns nach der Strecke, jeder filmt sich mit dem Handy und ich würde sagen, los geht's, oder? Los geht's. Also wir verstecken es nur unten erstmal. Genau, nur unten. Und los! Ich weiß nicht, wohin. Hava, du machst die Augen zu, ne? Ich weiß nicht, was willst du machen. Ich weiß nicht, was willst du machen. Ich weiß nicht, was willst du machen. Die Tür zu bitte. Ich stelle das wieder davon. Nein, 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 das geht nicht. Achso. Das ist voll auffällig. Guck mal. Ich fahr auf, ne? Oh, dein Bett ist übelst voll. Ich fahr auf, ne? Ich fahr auf. Ich fahr auf. Ah! Hast mich gefunden. Hat mich gefunden. Musik 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 Was? Du lag da drunter! Was? Du hast nur die Füße da unten gesehen, die beiden fassen. Ich weiß, ich bin auf die Worte. Was? 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 Ich bin auf die Worte. Ich bin auf die Worte. Ich bin auf die Worte. Die Drohnen sind alle weg. Wir haben alle gefunden. also die erste runde ist vorbei papa hat alle richtig oder die drohner richtig gut ohne was ich finde die drohner alle super gefunden die erste runde hat sechs minuten gedauert ich würde sagen ab in die nächste ich hab ja auch in die nächste runde ich hab papa gefragt ob ich fliegen darf also ich fliege nicht ja mit drohen ab in die nächste runde falls ihr die gedauern lassen dauer um da bleibt auch bis dahin dran und jetzt geht's weiter ok warum man sehen dass ich mich hier so versteckt krieg ach ich weiß schon ja 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Nein! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020